Wasch, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video. In diesem wunderschönen Tag mit dabei sind heute drei Standard-Skins. Hey, ist das euer Ernst einfach, Jungs? Leute, mit dabei ist heute der liebe Patrick. Was geht ab? Alter Mo, du schreibst es einfach auf die Spitze. Mo ist mit dabei. Und auch wieder Alphastein. Das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Hey, Leute. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, gemeinsam Heiden Sieg zu spielen. Das eine oder andere. Doch, doch. Deine Mutter. Ja, meine Mutter hat bis dato noch kein Heiden Sieg gespielt. Wir spielen in Dusty Divo, habe ich mir überlegt. Gar nicht in Wellingwoods, wir gehen nach Dusty Divo. Und zwar, Leute, gibt es da ja ein paar wunderschöne Bäume. Und ich dachte mir, es wäre doch... Alphastein, bitte hör auf damit. Ich dachte mir, es wäre doch ganz schön, im ganzen Krater von Dusty Divo Heiden Sieg zu spielen. Man darf sie auch in den Baumspitzen verstecken. Das heißt, es wird auf jeden Fall für den Sucher richtig krank schwierig. Ja, man kann natürlich alles abbauen, Mo, wenn man assi ist. Machen wir aber nicht, weil die Natur liegt uns. Was, Mo, am? Nicht am Herzen. Am Herzen liegt sie uns, ganz genau. Patrick, schön, dass du auch wieder da bist. Wie war der Urlaub? Ja. Ja? War gut, oder? Würdest du sagen, dass du das Arbeiten vermisst hast? Ja. Bist du da gerade ehrlich? Ja. Wir wissen beide, Patrick, wir wissen beide, dass das nicht stimmt, du kleiner Vorlauhensohn. Ist doch egal, Leute. Patrick hat sich auch eine Ausnahme verdient. Ja, der Boy hat auf jeden Fall gut durchgecarrikt momentan. Von daher darf er sich auch mal eine Zeit nehmen. Jungs, wir treffen uns in der Mitte. Ja, was denn? Yo. Yo, Alphastein, hallo. Schön, dass du auch dabei bist. Wir treffen uns in der Mitte hier, würde ich sagen, bei Dusty. Dann wechseln wir alle erstmal... Alphastein, hör auf! Lass es sein. Lass es sein. Alphastein, bitte. Patrick ist schon wieder richtig am reingeiern, am looten, Alter. Nein, nein, ich schwöre, nein. Ich bring mich alle um. Okay, hallo, ganz kurz. Jetzt wechseln wir erstmal alle die Teams. Ich bleibe Team 1 und ihr wechselt alle in das Team 2, okay? Das macht ihr mit Escape. Nein, Patrick, du musst das machen, weil sonst sehe ich ja, wo du dich versteckst. Okay. Verstehst du? Ich bin Team 3. Du bist Team 3, ist es auch okay. Hauptsache, du wechselst jetzt das Team. Patrick, du hast das Team nicht gewechselt. Naja, ich meine es schon. Patrick, wechsel bitte das Team. So, jetzt kommt ihr in Dusty runter. Ich bleibe hier in der Mitte stehen. Fang schon mal an zu ziehen. Wie schwer das wird, denn wie gesagt, wir haben hier Bäume. Und ich glaube fast schon, dass es komplett unmöglich werden wird für mich, euch irgendwo ausführlich zu machen. Also, ich glaube wirklich, dass es unmöglich ist, Digga. Kein Scheiß. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es also nahezu unmöglich ist, jemanden irgendwie zu sehen, wenn ihr oben in den Bäumen hängt. Ich werde mir trotzdem folgendes Hilfsmittel mal versuchen zu organisieren. Und zwar eine Thermo-Visier-Waffe. Jungs, es wäre echt geil, wenn ihr aufhören würdet, auf mich zu schießen, weil eigentlich solltet ihr als Versteckende also gar keine Waffen haben. Alphastein, das geht auch gerade besonders an dich. Ich gehe mir mal ganz kurz eine Thermo-Waffe suchen, Digga. Damit ich sie, falls ich sie brauche, nutzen darf. Aber ich versuch's erstmal ohne. Und ja, wenn ihr versteckt seid, würde ich sagen, könnt ihr auch... Was ist die Thermo? Was? Die Neu. Nee, also so neu ist die nicht. Das ist die Waffe mit dem Visier halt, wo man sehen könnte, das... Also, ja. Also, ja, ich find sie leider nicht. Ich hab gerade drei Chak-Chak aus einer Küste bekommen. Glück, das Grüße an der Stelle. Okay, ich höre ja ein Steppen. Das ist schon mal... Ihr dürft nicht bauen. Hallo, es geht darum, euch zu verstecken, Petrit, ne? Ich baue doch gar nicht. Nur, dass wir beide schon mal abgeklärt haben. Schei Idiot. Was geht es los? Geh weg! Hä, natürlich geht es schon los. Ich wusste es nicht. Okay, Stein, du hast gerade genug Zeit, dich nochmal zu verstecken. Ich glaube... Welcher dreiste Penner... Alperstein, ich höre dich hier irgendwo noch. Junge, ich verstecke mich gerade. Geh! Okay. Ich lasse dich in Ruhe da hinten weglaufen. Alles gut? Ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an, euch zu suchen. Ich mache mir eine kleine Hilfe. Und zwar hole ich mir ein Jump-Pad. Damit ich vielleicht die Möglichkeit habe, euch... Wobei, ich versuch's erstmal ohne. Ich versuch's erstmal ohne, Digga. Versuch's erstmal ohne. Danach machst du, glaube ich, mit Jump-Pad. Okay, okay, okay. Okay, sagt mir bitte eine Sache. Ist einer von euch in Dusty-Depot versteckt? Selber in Dusty. Was ist denn das Dusty selber? Also in Dusty selber. In der Mitte. Okay, du, Stein, ne? Gut, okay, 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 okay. Das heißt, eine Person ist schon mal hier. Gut, die suche ich jetzt erstmal. Ja, die anderen halt aus diesen komischen Bäumen zu finden. Das ist fast unmöglich, Alter, weißt du? Nee, das ist nicht unmöglich. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Weil das Ding ist halt... Also nochmal, ihr dürft euch theoretisch, wenn ich euch gefunden habe, dürft ihr nur weglaufen. Ihr dürft nicht auf mich schießen oder so, Penner, ne? Nee, weiß ich auch nicht. Nein, Stein, du machst das nicht trotzdem. Ja. Nein, tust du nicht, Alter. Du hältst dich jetzt auch mal in die Regeln, wie alle anderen. Geh weg. Ach, Mann, ist das anstrengend schon wieder hier. Hey, wenn Stein ja hier drin ist, Alter. Ist ja... War ich schon bei dir in der Nähe, Stein? Bin schon vorbeigelaufen. Was, jetzt echt? Okay. Nein, bin ich nicht, oder? Ja. Nein, Digga. Was war das denn für ein Versteck, Junge? Ich war mal auf dem Baum, ich bin runtergefallen. Warum? Okay, Digga, jetzt bin ich mal gespannt, wo Petrit hängt, Alter. Boah, das wird müßlich jetzt, hier alle Bäume abzusuchen. Petrit, du hängst safe in den Baum drin, oder? Ja, wenn du ja. Boah, das wäre so belastend, Alter, weil mit dich in den Bäumen zu finden, Digga. Stein war aber gar nicht so schlecht sein Versteck, muss man ganz ehrlich sagen. Hast du gedacht, ich laufe an dir vorbei, ne? Ja. Ja, schade drum, Digga, schade drum auf jeden Fall an der Stelle. Mo, auf jeden Fall auch noch Props an dich. Du warst wieder super versteckt. Wir reden, wir benutzen Jumphead gerade. Nee, gerade nicht, warum? Also, das war Alphanstein sehr... Ja, Digga, die... Ach, Junge, hör doch auf, Alter, alles zu verraten. Ich bin mit Mona im Team, ich seh's, Bruder. Okay, 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 okay. Bin ich schon bei dir vorbeigelaufen? Hast du mich schon gehört? Hab dich einmal gesehen, ja. Hä, war ich nah oder fern? Mittel. Du Opfer! Hör auf damit! Hör auf, trägst du Kopfschüsse. Hör auf, hab ich gesagt. Hör auf, Junge! Raff das Game doch endlich, du Vollidiot! Versteh, wie das Spiel funktioniert, du Idiot! Hör auf! Stein! Es geht darum, dass ich euch suche. Das ist Mo, das ist Mo hier vorne. Hä, okay, Petrit, mach mal, hast du eine Waffe, Petrit? Ich stand da gerade die ganze Zeit vor dir, willst du mich verarschen. Was jetzt? Auf dem Boden, nicht Rombaum. Ich stand gerade vor dir. Was? Nein, 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 nein. Du hast sogar auf mich gezielt. Okay, ist das hier Petrit? Nee, oder? Okay, Digga, Petrit, mach mal, mach mal Mucks irgendwie. Ich find dich nicht. Nein, da findest du mich instant jetzt. Bin ich wieder bei dir in der Nähe? Hörst du diese Schüsse? Ich seh dich und hör dich. Okay, wie nah siehst du mich? Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hä? Das ist mich. Ach, Junge, das ist Alphastein. Mann, wechsel mal das Team, Idiot. Wechsel mal zu mir in die Gruppe das Team. Nö. Doch. Ich will nicht die Team. Wechsel zu mir das Team. Der Kind erfreut dich. Das ist mich. Stein, wechsel zu mir in die Gruppe das Team. Stein, wechsel zu mir in die Gruppe das Team. Alphastein, hör auf. Oh mein Gott, Alter. Petrit, Petrit. Moin. Wir haben gesagt, Petrit, was haben wir gesagt? Jetzt komm doch nicht nur wieder mit deinem Scheiß schweihart gescheißen, Alter. Das war gewartet, Revi. Aber du musst trotzdem sterben. Ne, das war es nicht so. Doch, Petrit. Junge, Petrit. Ich hab mich nicht gewehrt, Petrit. Du musst einfach die Bestrafung hinnehmen, dass ich dich töte. Okay, ich muss dich hinnehmen. Komm her. Ich töte dich jetzt, Petrit. Du musst sterben, damit die Runde abgeschlossen ist. Macht er sich so glücklich, mich zu töten? Nein, es ist einfach Teil des Spiels. Und hör auf zu bauen, Petrit. Hör auf zu bauen, Petrit. Du machst das Spiel kaputt. Bleib bestehend. Bleib bestehend. Ich hack dich jetzt kaputt. Knie nieder, Petrit, damit ich dich strafen darf. Dafür, dass du gerade wieder gegen die Regeln. Knie nieder. Verdien die den Kill. Ihr nehmt die Waffen. Petrit, ich schlag dich jetzt kaputt. Bleib stehen. Hör auf, Petrit. Du machst unsere Spielumgebung kaputt. Petrit. Lass gut sein. Petrit, bitte. Doch, du stirbst. Ich darf mich nicht mit der Spitzhacke erniedrigen. Petrit, ich habe keine Waffe, Mann. Ich habe keine Waffe, Petrit. Bleib bestehend. Petrit. Nicht mit der Spitzhacke. Petrit, wenn du mich jetzt einmal umbringst, ich schwöre, ich kick dich aus der Runde. Ich habe keine Waffe, ich nehme eine Waffe. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Munition, Alter. Nimm, nimm. Ich war sehr schlecht. Junge, Junge, Junge. So schnärfe ich gerne, aber nicht mit der Spitzhacke. Junge, 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 bist du ein ehrenloser Bastard. Also, Leute, hört mal wieder auf, hier alles kaputt zu machen. Ich bringe mich jetzt einmal ganz kurz um. Stein, wir sind in einem Team, du kannst mich nicht töten, verstehst du? Ja, super. Ich würde sagen, der gute Alphastein ist jetzt mal an der Stelle zu suchen. Und wir wechseln jetzt einfach mal alle das Team ohne Waffen und gehen in Team 3. Und Alphastein bleibt in dem Team, wo er gerade ist, okay? Okay. Stein, ich würde sagen, du darfst jetzt uns suchen, sobald wir dir das Signal geben. Und ich bin mal gespannt, ob du das überhaupt hinbekommst. Ja, noch nicht, Junge. Warte ab, Alter. Ich bin versteckt. Okay, ich bin auch versteckt. Eins, zwei, drei, vier, ich komme. Okay, super, ganz viel Spaß dabei. Voll die Hilfe. Stein, du musst jetzt nicht jeden Baum kaputt machen. Mo, ist das dein Ernst? Mo? Alter, ach Mann, Stein, Junge, hör doch. Stein. Hör auf, jeden Baum kaputt zu machen, Stein. Such uns. Also Stein, ich werde auf jeden Fall hier sogar die ganze Zeit tanzen. So krass bin ich, Digga. Wer ist in meinem Hals? Wer ist in meinem Hals? Ach, Junge, Mo. Eine Ewigkeit später. Ey, Patrick, in meinem Versteck, wenn du das im Video siehst, Patrick, du wirst in die Kommentare schreiben, du dreckiger Hund, Alter. Junge, es macht keinen Spaß. Okay. Boa, Junge, mein Fischkopf vorne wackelt, Alter, wenn ich die ganze Zeit mit der Spitze hin- und hergehe. Oh, Hallöchen, kleiner Hai. So schwer ist das ja wohl nicht. Alter, geh mal das hier und bau dich mal hoch und guck mal von oben. Okay, das ist krass, Alter. Patrick, f*** dich. Egal, jetzt guckt nur noch ein Fisch bei mir raus, Digga. Oh Gott, ich höre seine Stufen. Ich habe seine Treppe gerade gehört, Digga. Ich habe dich gesehen. Hast du nicht, Junge. Schlechtes Versteck. Was sagst du? Schlechtes Versteck. Schlechtes Versteck, wahrscheinlich, Junge. Du hast mich nicht in Sch***. Jetzt hast du mich gesehen, Alter. Stein, 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 Stein. Komm aus deinem Busch raus. Okay, ich hüpfe jetzt über die Büsche oben drüber sogar, Digga. Ähm... Bisher. Bad, Rehvi, es macht keinen Spaß. Muss im Echt-Tipps geben, schieß mal, Rehvi. Ich weiß auch nicht, was er da macht. Hey, Moa, kann ja nicht wahr sein, oder? Ja, das ist das Einzige. Also, ist ja wirklich nicht real. Hä? Was, Junge? Okay, warte, hier geht mich. Hier, komm, bring mich um. Alter, das lange gedauert. Aber ich helfe jetzt beim Suchenstein. Ich bin der grüne Elfer, so bring mich bitte nicht um. Lol. Petrit! Random rumgeworfen. Petrit! Petrit, Junge. Er versteckt sich in einem Bauwerk, Alter. Petrit, Junge, was ist denn mit deiner Ehre passiert, Alter? Jungs, ich würde sagen, wir machen noch mal eine Runde, wo der gute Mo uns sucht. Nee. Und dieses doch. Nee. Doch, Mo. Warum darf ich nicht suchen? Ja, Petrit, wenn du suchen willst, kannst du es gerne machen. Klar, voll, bockt voll. Warte mal, Mo, 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 guck mal. Ne, hör mal auf, ey. Mann, Junge, Stein! Äh... Ne, sieht man. Okay, Mo, was sagst du dazu? Ist gut? Ne, oder? Weiß nicht. Okay, Petrit, du kannst kommen, glaube ich. Du dürft auch die Orte ändern, ne? Ja, ja. Dann, äh, weiß ich Bescheid. Ne, weißt du nicht, Digga. Du hast keinen, auch. Ich bin wieder Della. Ach, Junge, wo warst du, Alter? Pipi. Loll, na gut, dann hat er sich dann noch fort. Soll ich mal schießen, Petrit? Schieß einmal kurz. Oh mein Gott, Petrit hat gerade fast mein Versteck zerstört. Hey, weh. Ne kleine Ratte, kommt da raus. Nein, nein, ich will mich unter Wasser verstecken. Nein! Aber mein Versteck war nicht so weg. Wenn du dich reingeschossen hättest, hättest du es nicht gesehen, oder? Ja, aber ich schieße eben aus dem Prinzip in jedem Wunsch auf. Auch generell, wenn du spielst? Nein, oder? Ja, doch. Nein. Ah, ich wollte das sagen, ja. Nein, ich will nicht. Oh nein, Mo, oh nein, oh nein. Ich glaube, er hat nicht Mo. Oh, ich habe ihn einmal getroffen. Er hat nicht was los, oder Revi? Ne, ich schaue dir oben zu, Digga. Ich schaue dir oben zu. Ich bin hier ganz oben auf dieser Plattform drauf. Mo, Alter. Äh, bist du, Mann? Das beste ist ja, dass ich sehe, wo er ist. Oh, ist das hier eine Falle? Wenn ich darauf lande, sterbe ich? LOL. Die Falle ist ausgelöst, hat mich nicht getötet. Alles klar. Okay, lasst uns doch alle zusammen mit Stein suchen, Digga. Er kriegt mich nicht. Okay, Stein, das werden wir sehen. Jeder Baum muss ja weggemacht werden, Jungs. Hier ist er. Oh, nee, bist du das? Hör doch auf, das bin ich. Ja, nee, das ist Alpha. Ach, das ist wirklich er. Versuch's auch auf ich zu machen, weil er gleich das zu hat. Was ist denn im Lapp jetzt, Alter? Ich würde sagen, das war es von dieser wunderschönen Episode von Hide and Seek hier im Zauberknusperwald. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv bei Patrick vorbei und auch bei den anderen natürlich gerne, bei Alpha und Mo. Und damit würde ich sagen, Leute, war es das von diesem wunderschönen Video. Abo, Like, Abo ist umsonst. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.